Heute wird mal wieder ein bisschen Küchen-Gadget-mäßig abgeliefert. Wir haben bei Temo bestellt, beziehungsweise mein Team, und ich weiß gar nicht, was mich jetzt gleich erwartet. Dementsprechend werde ich mich jetzt direkt kalt da reinschmeißen lassen und ich muss rausfinden, was es ist. Und ja, der Rest ist sowieso eine komplette Krise, ist wahrscheinlich. Falls ihr aber gute Küchen-Gadgets wollt, könnt ihr gerne bei meiner eigenen Kochmarke und Küchenmarke vorbeischauen, und zwar bei fivi.gg. Da gibt's fast alles wieder im Sortiment. Dementsprechend schlagt doch gerne mal zu, falls ihr ein paar neue Pfannentöpfe, eine Ölkanne, Messer oder sonstiges braucht. Ich bin wieder Lieferando-Lieferan... Lieferan? Nur mit... Ja. Ich bin Katy Perry. Wow. Lieferando, so geil. Ja, das sieht aus wie etwas zum Spülen, würde ich schwer vermuten. Also hier läuft auf jeden Fall was ab. Ich glaube, aber es könnte sogar noch was anderes sein. Ist es was zum Saubermachen? Ja. Ja, okay. Hier sind solche Silikonnoppen an der Seite dran. Und ich drehe hier was. Ich würde schwer vermuten, das ist so ein Rundlauf, man füllt das mit Wasser, und dann tut man hier irgendwas rein, was da gewaschen wird. Beziehungsweise, weil so die Silikonnoppen etwas härter sind, würde ich schwer davon ausgehen, dass man nicht nur etwas wäscht, sondern vielleicht auch schält damit. Kann das sein? Nein. Man wäscht also ausschließlich etwas. Man wäscht aber kein Besteck. Nein. Sondern ein Gemüse. Vielleicht, ja. Ähm, oder Fleisch. Du wäscht dein Fleisch? Hack Fleisch, was ich immer... Waschfleisch. Waschfleisch, kommt ja, meine Kinder. Ist zum Gemüse waschen. Ja, es ist fast richtig, denn du hältst in den Händen deine erste eigene Obstwaschmaschine. Obstwasch... was? Was kostet das? Weißt du das? Ja. Willst du raten? Vier Euro. Kalt. Zehn? Kalt. Zwanzig? Wärmer. Holy shit, als ob. Für nur schlappe 23,97 Euro erhältst du diese einzigartige Obstwaschmaschine. Ich dachte, Tim, warum kann ich das nicht unter Wasser halten? Das ist doch eigentlich genau das Gleiche, oder? Aber 100 pro von der Gussform, von dem Plastik, wie das gepresst wird. Wir sind uns einig, dass es auf jeden Fall ein Fußbad ist, in der Ursprungsform. Bettpfanne. Zum Rum zu heilen. Falls man groß muss. Wäscht man eine Mango? Man isst doch nur das Innere. Du hast auch wieder recht. Da haben wir wohl nicht nachgedacht. Na ja. Das hätte ich jetzt nämlich auch gedacht, dass das hier... Nee, das passt. Irgendwie habe ich nicht nachgedacht. Bananen wollte ich nicht kaufen, weil ich dachte, die Schade isst man nicht. Mango, klar. Das ist für mich ein Snacker. Ja, das ist es nicht. Hab ich nicht nachgedacht. Das ist es wohl nicht, ne? Erdbeeren schwimmen, das wusste ich gar nicht. Dass Erdbeeren im Wasser schwimmen. Jedes Obst schwimmt, oder? Eine Melone? Klar. Sicher? Was ist eine Melone? Okay. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr hier. So, ich mache das hier rein und dann... Ey, Wasserspaßbad. Das weiß ich nicht. Das wird auch sehr schwergängig mitten drin. Also ich sage, für so eine hohe Auflagemenge, ich muss jetzt hier ein paar Kilo durchhämmern, bei Kartoffeln oder so, könnte ich mir schon vorstellen. Das ist ganz praktisch. Also sagst du eher Industrieküche? Ja, also man sieht es ja schon an der Form, dass das nicht schreibt mehr Industrieküche als ein pinker Pissbehälter, den du unter das Bett stellst. Der hätte es auch blau haben können. Tut seinen Job, aber auf der anderen Seite sind die Dinger auch so... Ups, Entschuldigung, nicht ins Auge, Timo. Sorry. Auf der anderen Seite sind die schon so feste, dass hier wirklich sehr punktiert, bei so einem sehr weichen Obst wie Erdbeeren, da schon echt einige... Guck mal hier. Abgehobelt. Ja, das schon ein bisschen abgehobelt wird. Man sieht es hier unten in dem Wasserbecken. Ich habe jetzt wirklich so ein gutes Achtel der Erdbeere einfach abgerieben in das Wasser. Und ja, sie sind bestimmt sauber, aber irgendwie geil ist anders, oder? Guckt euch das mal an, das ist ja Vollkrise. Also ich habe jetzt hier die ganzen Hände voll. Das kann man jetzt bestimmt abwaschen, aber fühlen tue ich es nicht wirklich. Also es ist bei mir eher 3 von 10, würde ich jetzt ehrlich sagen. Also generell erster Guess wäre, das ist das, was so Aliens benutzen, um dir eine Analsonde richtig in den Arsch zu haben. Ja, ist richtig. Eine kleine Sprungfeder, die irgendwas drückt. Warte, das wird hier so eingerastet. Hier sind solche kleinen Schienen drin. Also ich würde schwer schätzen, dass das rausnehmbar ist. Man tut irgendwas hier rein und dann tut man das, drückt man das wieder durch die Schienensysteme hier rein und dann, hier kann man glaube ich auch noch sowas einhaken und dann kann man drücken. Also man drückt sozusagen unten was raus. Ich glaube, das ist zum Zitronensaft rauspressen. Das ist falsch. Ich weiß, dass hier im Büro sehr intensiv mal über einen Wurstenddama gesprochen wurde. Den habe ich nicht bestellt. Ah, okay. Du meinst den Wurstbedama. Bedama, ja, klar. Nee, ist es nicht. Also ich mache hier Teig rein und drücke dann da drauf und wenn ich rauslasse, dann macht der mir eine Waffel oder Pfannekuchen. Fast. So ein Pancake-Maker. Wenn du es umdrehst, an was erinnert dich die Form denn? So. Donut-Maker? Ja. Aber dann muss ich das ja immer zuhalten, wenn ich da jetzt Waffelteig reindrücke. Das ist mega stressig. Aber du musst besonders schnell abfeuern. Es geht los. In drei, zwei, eins. Ich habe voll schnell gemacht. Das sieht aus, als hätte ich dabei reingeschissen. Ich lasse mal kurz austropfen. Was macht man denn dann in so einer Situation, wenn das austropft? Das ist doch super kacke. 100 Prozent, fünf Euro. Nee. Zehn? Nee. Fünfzehn? Nee. Ein Euro zwei und neunzig. Ah, okay. Huf. Ich dachte gerade, das wird immer höher. Das bleibt so. Ein Einpunkt von zehn. Also mehr kannst du doch da nicht mehr geben. Das ist doch einfach nur noch eine Farce. Nee. Der nächste Gegenstand ist auf dem Weg hierhin. Ich kann ihn schon fast hören. Was Gutes war noch nicht dabei, aber ich bin bereit, dass da was passiert. Das ist ganz klar. Ein Eiswürfelmaker. Richtig. Klar. Ah, das kann man so ausploppen. Und dann kommen die wieder oben raus, wo man es reingegossen hat. Willst du es ausprobieren? Ja, klar. Natürlich. Das machen wir auf jeden Fall. Hier oben ist so ein kleiner Schlitz drin. Ich weiß nicht, ob ich das so befüllen kann. Ist das eine Anzeige, wie viel man das machen darf? Ja, bis hier. Das finde ich tatsächlich ganz cool, weil kannst du vorbereiten und dann einfach so mitnehmen in so ein Picknickbeutelchen oder sonst irgendwie und dann einfach so aufploppen und dann so mitnehmen. Finde ich von daher jetzt gerade in der ersten Funktionsweise ganz cool. Ich lege es mal in TK, dann sehen wir uns gleich wieder und dann bewerten wir ganz vernünftig am Ende. Willst du raten, was es gekostet hat? Das hier, was es gekostet hat? Klar, 5er. Richtig, 5,84 Euro. Das macht Sinn. Das würde ich genau dafür auch kaufen. Ich lege es kurz in den TK. Bis gleich. Es ist fertig. Ich habe dieses Ding jetzt kühlen lassen. Okay, ich glaube, ich lasse es jetzt erst mal zu, denn ich muss die jetzt ja befreien voneinander. Feste. 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 Was ist das? Sollen wir da zu zweit dran ziehen? Ich habe einen festen Stand. Okay, so feste, wie du kannst. Drei, zwei. Warte, zahlst du einen Zusatz, falls ich mir ausschlage? Nee. Ah. Kannst du mit der anderen Hand? Warum? Weil dann stehst du zur Kamera, wenn du fällst, lustiger. Drei, zwei, eins. Hä? Musseltoe. Not me. Du hast es zu voll gemacht. Das habe ich gesagt. Wo steht denn eine Anzahl, dass man weiß, wie voll es ist und wie nicht? Common Knowledge. Ah ja. Bitte. Jetzt klappt es. Vielleicht hätten wir einfach nur das Ding vorher abmachen müssen. Ich dachte, wir können das für immer verwenden. Das geht. Eisbälle. Ich hasse das. Eins von zehn. Mein Zahn. Kommen wir zu Nummer vier. Das ist mein Rap und ich bin nicht wack. Seid ihr gut drauf? Ich auch. Das war kein Reim. Probier nicht zu schleimen. In den Kommis. Schreib doch mal rein, was ist wirklich geil. In der Küche. Denn dann finde ich deine Mutter. Ja. Das ist mein Rap und ich bin nicht wack. Seid ihr gut drauf? Ich auch. Das war kein Reim. Probiere nicht zu schleimen. In den Kommis. Schreib doch mal rein, was ist wirklich geil. In der Küche. Denn dann finde ich deine Mutter. Ja. Sag, welche Hand? Äh, links. Äh, links. Das wirkt so, als wenn das irgendwie scharf sein könnte. Ja. Ja, da ist so ein kleines Cuttermesser drin, das in Plastik eingeschweißt. Finde ich natürlich wieder super. Ich sag, das was für Eier. Nee. Vielleicht was für Avocados zum Schälen, so zum Drumrum legen, um dann so was wegzumachen. Eine Schäle, was zum Schälen? Ja. Gemüse? Nein. Obst? Ja. Ha, das ist ein kleines Messer. Dementsprechend vielleicht ein Schalenschäler von Orangen oder Zitronen oder so was. Zwei Apfelsinen im Haar und an den Hüften Bananen. B. So kann man es bestimmt anlehnen und dann sich so runterarbeiten, oder? So dick wie die Frucht ist, so. Und dann drückt man hier rein und dann schäden man so. Ja, versuch mal. Ist das falsch? Nee, das ist per se richtig. Ist per se so? Ja, per se ist das richtig. Mein neues Füllwort, hat mir das denn gesagt. Das kommt also von dir. Dann mach ich jetzt hier nochmal so. Kannst ja mal versuchen, so ein schönes Stückchen da rauszuschneiden, so ein schönes Apfelsinenstück. Super. Ja, das klappt, ne? Aber das schaffe ich auch mit einem Messer per se bis dato. Per se? Och Mann, das war nicht mal absichtlich. Also das jetzt weiter schälen. Du musst das doch nicht in Stücken schälen, die ganze Frucht einmal schälen. Dann macht man das einmal im Kreuz und zack hast du viele große Stücke, die du abschälen kannst. Ja, aber das sind ja Leute, die jetzt intelligent sind und ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was im Kreuz genau bedeutet dann, aber so ist ein Kreuz. In der Mitte. Das ist ein Kreuz jetzt aber. Ist okay, ich schäle einfach bitte. Weil wenn die jetzt verkehrt rum geschält ist, können wir die nicht mehr benutzen für das Gätscheln. Ich verstehe nicht, was jetzt hier verkehrt rum geschält ist, geschält ist, geschält. Die ist überall aufgeschnitten. Das ist ein Kack-Gätschelt. Ich glaube, das liegt an dir. 5 Euro. 4, 3, 10. 1,29 Euro. Das ist zu teuer. Die tropft voll, weil die überall angeschnitten ist. Ja, weil du die in der Mitte aufgesäbelt hast. Ja, keiner weiß, was ein Kreuz ist. Also pass auf, eigentlich sollst du damit die Orange schälen und dann kannst du ein Stück aus der Orange rausnehmen und dann hast du den Schäler und dann kannst du, wenn du das zusammengefaltet hast, das Stück hier durchziehen, damit du das weiße Geflüttel von deinem Orangenstück abgemacht hast. Ich verstehe es immer noch nicht. Das ist eine Null von zehn, finde ich scheiße. Also es ist sehr satisfying mit einem Cuttermesser auf jeden Fall durch eine Orange Schale zu schneiden. Das ist so geil, ich will so viel damit aufschlitzen. Das hätte ich auch machen können. Jetzt ist mir nur sagen müssen, reiß das hier oben ab und dann ziehst du es füreinander. Freddy, im Kreuz. Was für im Kreuz? Guck mal, jetzt hast du die doch hier offen, die Orange. Und die hat ja schon vorgegebene Stücke. Dann kannst du die Außenhaut abschälen. Ja, hast recht, das ist ein doofes Gadget. Ich gehe jetzt wieder. Viel Spaß mit deinem Salat. Kurze Unterbrechung im Video, denn mein Partner Mio Mio und ich, wir haben euch noch was zu sagen. Und zwar, das hier ist das Beste, was ihr euch antun könnt für zum Beispiel ein geiles Game auf dem Ende. Das ist auch schnell bei uns weg, die Cola plus Orange Mio. Da wird selbst der Hund in der Pfanne verrückt. Von daher, wenn ihr auch verrückte Hunde in den Pfannen haben wollt, dann probiert das doch gerne mal. Verlinkt mich und Mio auf Instagram und auf TikTok und gönnt euch eine Mio. Schreibt mir gerne mal eure Lieblingsworte. Viele von euch machen das schon nach außen, aber probiert euch, dass ihr euch heute meldet und jetzt viel Spaß bei einem weiteren Video. Für dich. Die haben ja kleine Gesichter. Einmal ein glückliches Gesicht und einmal ein etwas so. Hä? Ach, da ist gerade ein Fussel hochgeflogen. Ich dachte, das dampft. Also das ist Zickzack und das ist Wellig. Ich glaube, damit sticht man Nudeln aus. Nee, das ist falsch. Wellig-Nudeln, Zickzack-Nudeln. Falsch. Was mit Teig? Nee. Nichts mit Teig? Nee. Obst? Nee. Gemüse? Nee. Teig? Nee. Ah. Ist das eine sehr schmerzhafte Zahnbürste? Einfach nur? Au. Ra, ra, ra. Zungenreiniger. Oh, boah. La, 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 la. Oh. Kann ich Tipp? Teig? Teig? Der Tipp ist Teig. Teig. Sag, welche Hand. Links. Ja, welches jetzt? Das. Okay, kriegst beide. Hä? Da drüber, damit das eine Sollbruststelle hat, die rund ist. Also hier anfangen und dann zum Smiley-Face. Ich habe nur zwei Tris, deswegen. Ne, du hast drei. Okay. Das ist auch nicht richtig, was ich mache. Ne, es ist fast richtig. Was ist der erste Schritt, den ich jetzt hier machen muss? Das Ei-Pellen. Das Ei-Pellen? Das mache ich noch händisch oder hiermit? Ich mache es so händisch. Ich hasse Ei-Pellen. Das wäre ein Gadget. Vielleicht kannst du es ja mit deinem Donutformer aus der Schale schießen. Digga, das sieht aus wie ein Unfall. Was ist denn, das ist ein realistisch gepelltes Ei von jemandem, der mitten im Leben steht, mit vielen Problemen. Jetzt drücke ich das einmal so drumrum und rolle... Ah, ein bisschen Schale. Jetzt rolle ich das einmal so drumrum und ende beim Smiley, oder was macht man jetzt? Und dann ist es so cool aufgeteilt. Ja, Frederik, das ist dein neuer persönlicher Eierschneider. So würde ich das jetzt machen. Wer hat denn diese tollen Eier-Muster geschnitten? Ein kleines Senfkleckschen drauf, für ein kleines Senfei au d'oeuvre? Für mich kein Problem. Mit diesem tollen Eierschneider. Was hat es wohl gekostet? Null. Oh, ja, null ist sie. Hoffentlich nicht mal ein Euro. Ich brenne das Werk ab, wo das herkommt sonst. Wie viel hat es gekostet? Ein Euro vier. Book my flight. Ich sehe das schon. Ich weiß schon genau, was das ist. Das ist ein Saft da. Für? Sellerie. Nee. Obst. Ja, aber für ein ganz besonderes Obst. Branche. Richtig. Keine Stückchen. Kein gar nichts. Mit diesem Entsafter kann das alles dein Traum werden. Wenn man das nicht sichert und dann anmacht, dann sichert er. Äh. Gleich ist er kaputt. Ich habe doch nur einen Knopf gedrückt von einem. Gleich ist er kaputt. Einmal hier zur Hälfte. Das Ding hier raus. Würde ich so hier reinlegen. Passt genau. Holy. Das geht aber ordentlich ab. Boah. Ich glaube, jetzt kannst du die mit. Aufmachen. Und es ist sogar dicht bislang. Es ist super dicht bislang. Also ich bin wirklich. Geil. Das ist ja wirklich komplett eskaliert. Ich mache einmal auf. Geil. Ah, guck mal. Jetzt hat es sich ausgeschaltet. Es hat sogar ein Ende vom Rhythmus. Aber es hat schon ein bisschen getropft. Ich mache jetzt mal auf. Ich finde, das ist recht gering für so ein Glas. So Single-Use okay, wenn man so einen kleinen Shot trinken will. Ich muss aber sagen, dass größere Entsafter auch den Vorteil haben, dass nicht nur ein größeres Glas darunter passt, sondern die meistens auch schon so Buckets daneben haben. Und du einfach Orange nach Orange nach Orange da rein pfeffern kannst. Also recht zügig. Teilweise auch wirklich so eine Ganze mit Schale und die das dann einfach aussieben. Da ist die Technologie wirklich schon ultra crazy. Kosten dann aber auch 600 Ocken oder so. Das ist ganz süß. Ich finde, man hört an dem Gewinde schon, dass das nicht lange gut geht. Auch diese Verschlüsse, die hier so hin und her knallen, machen mir ein bisschen Sorge. Dennoch für so lange, wie es hält, okay. Und es erfüllt die Funktion. Aber wirklich nicht so gut wie die heutigen Standards. Das kostet bestimmt 30 Euro oder sowas. Nee. 20? Wärme. 21? 17,78 Euro. Dafür, dass das Risiko, dass meine Bude zu 50 Prozent in Flammen steht, nach einem halben Jahr einzugehen, weiß ich nicht. Da würde ich, glaube ich, lieber sparen und in einen vernünftigen Entsafter investieren. Aber wie gesagt, es erfüllt das, was es verspricht. Ich schätze mal, das ist nur Plastik. Das kann in die Spülmaschine. Das hier ist auch Plastik. Das kann in die Spülmaschine. Das hier kann ich abnehmen. Abnehmen. Es wurde als easy to clean beworben. Ja, hätte ich auch gesagt. Und dann rausnehmen. Und dann sind alle Einzelteile eigentlich welli für die Spülmaschine. Interessant. Ich gebe eine 6 von 10. Cool. Die schmecken echt scheiße. Auch. Man kann da was reintun, damit es steht. Ich würde sagen, man kann je mit perfekt, waagerecht ein Straußenei kochen. Nee. Na ja, aber nah dran, oder? Auch nicht, nee. Es ist auf jeden Fall was, was man aufgrund der leichten Elastizität da drum machen kann. Und es hat hier drunter so Stehfüßchen. Es ist aber an sich nicht sehr elastisch. Deswegen würde ich fast schon sagen, man kann es irgendwo drum machen, damit man was wo reinstellen kann. Wie zum Beispiel ein kochendes Wasser. Oder? Nee. Auch nicht. Ansonsten Löcher, damit man was abschütten kann. Was kann man abschütten? Was sehr Kleines. Das sind jetzt auch nicht die kleinsten Löcher, das ist also kein feiner Sieb für irgendetwas. Kann ich einen Hint haben? Klar. Oh, ich dachte, das sind wieder Gurken. Hey, das sind meine vom Bohnensalat. Zum Abschütten. Das ist dein persönliches Glas- und Dosensieb. Kannst du über eine Dose spannen und perfekt abgegossene Bohnen haben. Oder Mais, oder Kichererbsen. Drei. Nee. Fünf. Nee. Sechzig Cent. Zweiundneunzig Cent. Was ne unnötige Kacke. Null. Ja, aber es erfüllt seinen Zweck. Es gießt Sachen raus und die Bohne geht nicht flöten. Das ist super unnötig und der größte Quatsch, den ich je gesehen hab. Du musst Bohnensalat machen. Ich hab jetzt zu viel abgegossen. Ist nicht schlimm, ich mach jetzt gleich Bohnensalat. Ja. Oh, das kann wehtun. Ein Gadget Nummer 8. Oh, das kann wehtun. Holz? Also erstmal von dem letzten Gadget-Video, was wir gemacht haben. Es ist wieder übertrieben krankes Plastik. Einfach eingespannt in dem billigsten Holz. Das ist wirklich so krass splitter. Guck mal hier. Guck mal. Siehst du das? Zwei Cent Herstellungskosten ist das hier. Für wie viel kostet das? Willst du raten? Bestimmt zwei, drei Euro oder sowas. Ja, drei Euro 84. Das asozial. Er ist ein Hobel. Also, um Sachen zu hobeln. Ja, aber für eine ganz bestimmte Sache. Ja, so einen Wellenschnitt, so einen Gurken-Käse? Nee. Um Wellenkartoffeln zu machen? Nee. Das ist ein ganz bestimmtes Gadget für einen ganz bestimmten Use-Case. Das ist dein Kartoffel-Gitterhersteller. Kartoffel-Gitter. Timo und ich haben uns beim Auspacken schon gefragt, wie das funktionieren soll. Genau, weil wir haben nicht verstanden, wie das Gitter in die Kartoffel kommen soll. Als ob das jetzt geklappt hat. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Switchen. Ich verstehe irgendwie die Physik dahinter noch nicht. Aber als Ofenkartoffel müsste es doch mit bisschen Öl drüber im Ofen eigentlich ganz geil sein, oder? Ja, funktionieren tut das so. Wild ist es auch. Nur das Problem ist, diesen Aufsatz hast du bei allen anderen Schälern, die du sonst irgendwo hast, per se auch mit dabei. Echt? Ja, also denkt halt so sicherlich keiner drüber nach. Ansonsten ganz bestimmt auch bei einem, hier, wie heißen sie? Bei einem Nicer Dicer. Bei einem Nicer Dicer so einen Aufsatz einfach dran machen. Habe ich auch in so einer Form damit noch nie gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, so cool das Ergebnis auch aussieht, die Produktionsqualität hiervon ist so unterirdisch. Dieses Holz hier ist so unbehandelt, dass alles an Stärkewasser da reinzieht. Das Ding wird dir innerhalb von einer Woche auseinanderplatzen, wenn es hochkommt. Das kannst du gleich gegen null reinigen. Weil du hast hier Holz, hier Holz, hier Holz, hier Holz. Auf der Rückseite genauso. Das heißt, sobald ich anfange mit Wasser, das hier zu reinigen, zieht mir das auch zusätzlich, neben der Stärke von der Kartoffel, noch in das Holz. Und das wird direkt aufplatzen und ganz schlimm Späne werfen. Eins von zehn, sage ich ehrlich, das ist zu trashy. Ich sollte Präsenter werden. Man hackt Bacon da rein, damit das Öl abtropft und das Öl aufgefangen wird davon. Woher weißt du denn so? Ist das richtig? Ja, Mann. Ich habe das einmal im Vorbeirolscrollen vor Jahren mal gesehen, als ob das das wirklich ist. Ja, das ist für dein Mikrowellen-Bacon-Bräter. Weißt du, du kannst dir halt auch einfach eine Pfanne auf den Herd stellen mit deinem Drugs-Bacon drin. Oder du hängst ihn einfach an deinen kleinen Mietpropeller. Ich habe noch nie Bacon in der Mikrowelle gemacht, weil ich das irgendwie sehr merkwürdig und amerikanisch finde und das kein Problem löst, was es gibt. Absolute Red Flag. Du pennst bei jemandem, am nächsten Morgen sagt er, wir machen Frühstück und dann sagt er, ich bin extra eine Stunde früher aufgestanden, um dir ein tolles Frühstück zu machen. Und dann kommt so ein Ding hier raus. Guck mal mit hier. Behind the Scenes, hinter the Kulisses. Einmal so. Alles gut? Hast du Bock auf Bacon? Ich vertraue der Mikrowelle nicht, gehe mal ein paar Schritte zurück. Das geht 750 auf jeden Fall und dann eine Minute oder so. Warum fängt man das Fett davon auf, ist meine Frage. Soße. Soße? Du fängst die Soße auf, damit das nicht in die Mikrowelle reindrippt. Ah, ja. Oder ich mache es einfach in der Pfanne, ne? Ja. Riecht schon geil. Oh ja, da siehst du wieder. Ja, das sieht gut aus jetzt. Der ist ja winzig. Galt hier, oder? Vorsicht, das Fett da unten. Ich bin gerade erst aufgewacht. Oh. Chewy, ne? Richtig schön. Das ist bio, aber. Ja, wunderbar. Möchtest du noch einen? Nee, danke. Ja. Auf, zurück in die Küche. Also wie Julian das gemacht hat, macht schon am meisten Sinn. Der ist nicht so fettig direkt, wenn man es jetzt anpackt, aber. Oh, ist gesund. Der Bacon entfett auch vielleicht einfach. Was kostet das? Was tippst du denn? 4, 5 Euro. 4,89 Euro. Ne, 4 von 10. Vielleicht hat da jemand Bock drauf, aus dem Baconfett noch was zu braten, aber eigentlich 3 von 10, so folge. Man kriegt es schlecht abzuputzen, die Vollkrise mit dem Loch hier in der Mitte, was noch irgendwie gefühlt nach halb unten durchgeht. 2 von 10. Das war es zumindest jetzt mal von unseren Temo-Gadgets in der ersten Runde. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein Like und schreibt uns mal in die Kommentare, dass wir noch von Temo oder anderen Gadget-Webseiten testen sollen. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lasst ein Abo da. Guck mehr Videos, guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.